Wow, okay. Ein Ellbogenschlag am Kopf, das ist das, was wir alle wissen, dass es extrem gefährlich ist. Wir kennen das aus den Vollkontakt-Kampfsportarten, die wir ja auch machen, Vollkontakt. So ein Ellbogenschlag, wirklich voll am Kopf, das kann ein K.O. bedeuten. Hallo, ich bin Grossmeister Martin Sewer und ich versuche dir eine Lösung zu zeigen aus unserem System. So, er kommt, ich gehe da rein, mit dem hier schütze ich mich selber. Er kommt, im letzten Moment, bevor er da wirklich rein kommt, gehe ich rein, schütze mich, habe da wie ein Küsschen, gehe rundherum, packe ihn und jetzt schläge ich. Bin da und komme oben runter. Eins, zwei, drei. Willst du noch mehr effiziente, brutale Anwendungen lernen, dann lerne es als bewährtes System aus Südchaolin. Du weisst, wo du das lernen kannst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hier oben ist der Link für das E-Kung-Fu. Hier unten ist der Button zum Abonnieren und natürlich die Glocke nicht vergessen.